Fahrradfahren Lactype ist wichtiger als der Betrag Kahwa, also Kaffee Lidö, beide mag ich, beide Immer weich gekocht, immer weich Fisch Das Früh würde mir, glaube ich, besser gefallen, aber da bin ich nicht sicher Eindeutig, Nudelnudeln Also die Italiener sind durch nichts zu überbieten immer italienisch, aber die Chinesen sind auch nicht ohne Reiz Restaurant Lesen, obwohl ich sehr, sehr viel fernsehe, ich müsste eigentlich viel mehr lesen Na, der Garten ist doch viel schöner als der Balkon Ich mag es auch steilisch, im Gegensatz zu dem, was die meisten denken Stadt, ich bin Großstadtmensch Ich bin eher ein norddeutscher Typ, ich werde selbst in Frankfurt noch dafür gehalten Lieber Abenteuer Lieber später, dafür stehe ich früher auf Der Frühling, viel schöner Ich mag lieber das Tablet Keinen von beiden Keinen av Untertitelung des ZDF, 2020